Zukunft einfach machen, das ist der Podcast der permanent Consulting GmbH. In unserem Podcast geht es um uns, um unser Team, um das, was wir sind, was wir tun und was wir lieben. Mein Name ist Martin Häuser und für die zweite Folge unseres Podcasts habe ich mir Alexander Bayic eingeladen. Wir werden Alex kennenlernen, viel über ihn erfahren, wer er ist und was er bei permanent macht. Ich bin schon sehr gespannt, was er erzählen wird und ich freue mich drauf. Am Donnerstag dieser Woche, das ist der 23. Februar, könnt ihr die neue Folge von Zukunft einfach machen hören, überall da, wo man Podcasts findet, zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch Google Podcasts. Wir hören uns!